Und damit herzlich willkommen, Freunde der virtuellen Landwirtschaft, zur Thalbach V2 Beta 2. Es gab ein Update, seit dem 27.12.2023 ist diese Karte draußen. Hiermit dachte ich mir, machen wir ein YouTube-Video daraus und schauen uns die Karte einfach einmal wirklich komplett an, was es alles gibt, was ihr machen könnt und so weiter und so fort. Vielleicht die ein oder andere Erklärung, der die Karte vielleicht sogar spielt. Schauen einfach mal rein, was wir hier alles oder was uns hier alles erwartet. Wir haben hier, werden wir erstmal begrüßt am Anfang, finde ich auch immer sehr, sehr geil vom LSFM-Team. Hiermit auch nochmal ein riesengroßes Lob und Dankeschön geht an euch raus für diese wunderschöne Karte, dass ihr uns diese Karte zur Verfügung stellt. Ich selber habe sie bei uns auf dem Server drauf. Wir selber haben die V1 gespielt mit natürlich kleineren Bugs, aber das gehört halt auch einfach immer ein bisschen dazu. Äh, fettes, fettes Dankeschön. Natürlich hier steht es auch, Repi Gaming und Team wünschen euch viel Spaß auf der Talbach 2K23. Vielen lieben Dank dafür, wie gesagt, nochmal an die lieben Modder, auch an den Andi, Farmer Andi von LSFM-Team. Eine Karte, die schon seit Jahren im LS begeistert, ist wieder da. Komplett neu aufgebaut und erweitert einen neuen Look. Erwartet euch ein neues Spielerlebnis. Schwingt euch auf euren Trecker. Motor gestartet und los geht's. Sehr vielversprechend. Ich muss aber auch sagen, sie ist sehr umfangreich und wirklich, wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Gefällt mir wirklich sehr gut. So und damit sind wir dann auch schon auf dem Hopthof. Ihr seht schon, ihr habt viel Platz. Im Zentrum eures Hofes ist der große Kuhstall. Auch einfach nur genial gemacht. Wirklich super gemacht. Sieht richtig gut aus. Ihr habt auch genug Ballen da, um eure Tiere zu versorgen. Apropos Tiere, da haben wir natürlich die Besonderheit, dass wir hier verschiedene neue Tierarten mit auf dem Hof haben. Da beinhaltet es Enten und Ziegen sowie Hasen, also Kaninchen und Katzen haben wir hier mit auf der Karte, die wir großziehen können und dann für gutes Geld dann später verkaufen können. Und dazu gehen wir einfach einmal ganz kurz in das Tiermenü. Ich habe auch schon eine Kuh gekauft. Ich habe auch schon einen Kalb gekauft, weil ich euch dazu gleich noch was zeigen möchte, wie ihr euch die Kälber großzieht, wie das Ganze funktioniert. Wir haben auch schon Hühner hier am Hof, am Starthof. Da können wir dann einmal ganz kurz zu dem Hühnerstall hier hingehen. Der ist auch super cool gemacht. Also ich finde es richtig geil. Die Hühner laufen hier quer über den Hof. Gar kein Problem. Und hier sind sie auch schon. Die Entenküken und Enten, die ihr euch hier kaufen könnt. Die Enten, die ihr dann später dann einfach für gutes Geld auch verkaufen könnt, wenn ihr die Entenküken großgezogen habt. So, auf der Karte mit verbaut Mais Plus. Ihr habt es vielleicht gerade eben schon mal gesehen. Bei den Hühnern hier Eiweißfutter, Energiefutter, Grundfutter, Saftfutter. Alle, die mit Mais Plus schon gespielt haben, kennen sich natürlich aus. Für alle anderen ist vielleicht auch ein bisschen was Neues. Aber gar keinen Stress. Es gibt an dieser Stelle, ich selber habe kein Tutorial-Video zum Mais Plus gemacht. Vielleicht mache ich es ja dann irgendwann mal noch. Aber YouTube ist ja auch voll davon mit irgendwelchen Tutorial-Videos von Mais Plus. Da kann man sich auch viel aus dem Internet oder Dr. Google, so schön gesagt, sich rausziehen. Zu den Kälbern eine kleine Information. Dann nehmt ihr den Fasswagen, der mit dabei ist. Denn ihr bekommt auch diverse Fahrzeuge mit dazu. Hier haben wir den Fasswagen in diesem kleinen, schönen Schuppen. Da fährt man dann einfach an den Milchtank hier dran, sofern ihr dann schon Milch produziert habt mit euren Kühen. Füllt den auf, fahrt zu den Kälbern hier an diese Eimer dran und könnt dann die Milch auffüllen, damit eure Kälber wachsen und gedeihen. So, wie schon gesagt, der Hof groß genug. Ihr habt viel Platz. Ihr habt schon zum Start auch große Maschinen da. Maschinen gucken wir uns jetzt auch einmal ganz kurz an, wie die ihr zum Start schon habt. Ja, ihr habt, ihr seht schon, also ihr könnt sofort loslegen. Ihr habt einfach schon mal so gut wie alles da, was ihr benötigt. Einen großen New Holland Mähdrescher, der schon am Start ist. Ihr habt drei, nein, zwei große Schlepper, den Landini und den McCormick. Beide sind, ich würde sagen, die haben ordentlich PS. Das reicht also auf jeden Fall aus. Der hat 190, der hat 264. Da könnt ihr schon sehr viel anstellen. Pflug, Grubber, Saattechnik, also Sätechnik. Da habt ihr auch schon eine Saatmaschine, Saatgutmaschine. Die Pöttinger Terasem mit 6 Meter Arbeitsbreite geht auch schon einiges. Ihr seht schon, Güllefass habt ihr auch schon da, einen Ladewagen. Habt ihr auch schon den großen hier, einen Bender. Also das alles, aber unter einfach. Also ich habe jetzt nicht unter schwer oder mittel oder so begonnen, sondern unter einfach. Der Hof selber, muss ich sagen, ist richtig gut gestaltet. Wir haben zum einen, wie gesagt, hier die Ballenlager. Ihr müsst auf der alisfarming-mods.com einmal kurz rein. Da seht ihr dann auch alles schön beschrieben, was ihr auf der Karte machen könnt und was ihr für zusätzliche Mods natürlich noch braucht. Da wäre dann einmal von Farmer Andi dieses Ballenlager hier. Da sind auch schon Strohballen drin. Hier sind Heuballen drin. Dann haben wir hier hinten eine Heutrocknungsanlage. Auch wirklich genial, richtig geil. Heutrocknungsanlage, Güter fehlen, na klar, wir haben jetzt natürlich kein Gras drin. Dann haben wir hier die BGA und wir haben hier einmal die Getreidetrocknung. Ja, so. Also, ich glaube, langweilig wird es hier auf gar keinen Fall. Da kommen wir dann auch gleich schon zu den Produktionen. Ihr müsst jetzt bei der Beta 2 die Bäckerei mit Methangas betreiben, damit ihr dann Brot herausbekommt, wenn ihr Mehl hingebracht habt. Dann kommen wir schon zur Metzgerei. Auch alles animiert, sieht mega cool aus, richtig gut. Und ihr habt hier Schaf, Ziegenfleisch, Geflügel, Rind und Schweinefleischherstellung. Und könnt es dann natürlich für teures Geld verkaufen. Genauso haben wir dann die Molkerei. Die müsst ihr dann auch mit Methan betreiben. Das Methangas bekommt ihr, denke ich mal logischerweise, hier aus, wenn ihr die BGA betreibt, bekommt ihr hier Methangas raus. Was ihr dann in diese Behälter, so wie hier mit der, was war es noch, Getreidetrocknung laufen lassen könnt. Dann müsst ihr das Methangas natürlich überall einfüllen, damit eure Produktion dann laufen. Natürlich nicht alle, wie gesagt, Metzgerei braucht ihr zum Beispiel nicht. Die Butterherstellung, einfach Milch rein. Also hier könnt ihr dann, war es Ziegenmilch oder war es, ne es war keine Ziegenmilch. Ihr könnt, glaube ich hier, bei der Milch, habt ihr die Möglichkeit, doch, ich glaube Ziegenmilch und Kuhmilch einfüllen. Korrigiert mich vielleicht nochmal, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Auch ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Karte so findet. Ob ihr sie vielleicht sogar schon spielt oder vielleicht habt ihr sogar Tipps. Gerade mit der Milch, ob ich in der Molkerei auch Ziegenmilch abfüllen kann und dadurch die Haarmilch bekomme. Und bei der Buttertrommel auch, ja, bekomme ich dann die Butter, beziehungsweise, glaube ich jetzt, wenn ich das so sehe, hier nur Kuhmilch. Verzeihung, Kuhmilch wird zu Haarmilch, Butterherstellung genau das gleiche. Da haben wir nämlich die Käseherstellung. Bei der Käseherstellung ist es mit der Ziegenmilch und die normale Milch. Hier haben wir es hier oben rechts im Bild, die Ziegenmilch. So, und dann bekommen wir den Käse und Ziegenkäse. So, dann haben wir die Kornmühle, Schrot, ja, ihr bringt Weizen hin, Gerste, Hafer, Sorghum, Hirse und bekommt dadurch dann Getreideschrot. Wir haben Mehl, eine Kornmühle Mehl. Da bringt ihr dann auch wieder Weizen, Gerste, Hafer, Sorghum, Hirse. Ihr seht schon, da kommt hier das Mehl raus, was ihr dann nachher für die Bäckerei braucht. Orangenverarbeitung, Schritt 1, Orangen hinbringen, Orangen gereinigt, Bioabfall bekommt ihr hier raus. Dann habt ihr den Schritt 2, Orangen gereinigt, rein, dann bekommt ihr die Orangen fermentiert raus, als ausgehendes Produkt. Dann haben wir noch die Orangen fermentiert, die gehen dann hier rein, in Schritt 3 und ihr bekommt dann Orangensaft unverpackt hier raus. Und dann bringt ihr einfach alles zum Lohnabfüller, ja, Orangensaft unverpackt, Zuckerrüben, Haarmilch unverpackt und bekommt dann diese 3 Produkte. Also Haarmilch raus, ihr bekommt Orangenmarmelade verpackt raus, ihr bekommt Orangensaft verpackt raus. So, dann haben wir den Futtermischer für Schweine und auch für Kühe. Da können wir dann auch gleich mal hingehen. Die Getreidetrocknung, habe ich euch ja gerade gezeigt, hier auf dem Hof. Euer Heulager, Heutrockner, haben wir auch gerade eben gesehen. Dann haben wir verschiedene Beete, einmal am Hof, Farmhaus und auch den Apfelbaum, sowie den Orangenbaum, äh, Orangenbäume, Verzeihung, am Hof. Also am Hof haben wir Orangenbäume und einen Apfelbaum. Ja, da wollen wir jetzt einmal ganz schnell hin. Der ist nämlich gleich hier hinten. Den haben wir hier ums Eck. Den zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Den Garten mit dem Apfelbaum und mit den Orangenbäumen. Die sind nämlich genau nebendran. Hier haben wir den Apfelbaum, ja. Da habt ihr noch ein kleines Beet, da könnt ihr dann anpflanzen, was ihr wollt. Kartoffeln, äh, Kartoffeln gehen glaube ich gar nicht. Gurken, äh, hier. Karotten, Zwiebeln, Gurken, Erdbeeren, Salat und Tomaten. Genau, so rum war es. Könnt ihr hier auch noch anpflanzen. Und dann kommen wir hier zu den Orangenbäumen. Also ihr könnt schon direkt loslegen, Orangen einfach zu ernten. Und das euch dann schon mal einfach, einfach mal ausprobieren. Direkt in die Orangenindustrie einzusteigen. So, wir haben einen Regenwassertank am Hof. Noch einen Regenwassertank am Hof, was ich auch sehr geil finde. Ja, lasst es ruhig, es darf ruhig viel regnen, damit viel Wasser vorhanden ist. Dann haben wir den Fixfirm Silageherstellung. Der ist direkt hier nebendran. Da sind wir gerade dran vorbei. Das ist der hier. Das ist der Fixfirm, ne. Ihr seht schon, es sind natürlich keine Güter drin, weil ihr braucht dafür Ganzpflanzensilage. Also Ganzpflanze, wo ihr siliert, ähm, äh, vom Feld holt. Und dann den Fixfirm Aktiv. Aktiv, Verzeihung die Aussprache. Da können wir aber ganz kurz gleich noch in den Shop gehen und uns angucken. Die Biogasanlage, Gärsubstrat rein, Methan und Gärreste raus. Da das gleiche auch in der BGA, die 250 kW, die steht auf der, die steht hier irgendwo auf der Map rum. Da gucken wir uns gleich mal die PDA noch genauer an. Und ein Sägewerk. Ihr seht schon einiges, einiges an Produktion, was ihr hier habt. Dazu gehen wir jetzt einmal ganz schnell, ach, das sind noch eure Lagerobjekte. Ihr seht schon, ihr habt hier noch Ballenlagerhof, äh, Ballenlager Kälber. Das war bei den Kälbern die kleinen Ballen, die 120 cm Ballen. Bei den Pferden habt ihr auch ein Ballenlager, Schafe, Schweine. So, dann gibt es natürlich noch das Kühllager. Da gucken wir auch gleich rein. Aber zuallererst möchte ich euch den FixFirm zeigen. FixFirm Active, da müssen wir glaube ich hier rein. Und der war dann hier unter Paletten. Ihr seht schon, es ist so viel, auch gerade wenn ihr dann mit Mais Plus arbeitet oder auf der Karte mit Mais Plus spielt, dann sowieso. So, so, den FixFirm finden wir unter, ich muss selber immer gucken, den haben wir hier unter Verbrauchsgütern. FixFirm Active, ja, den braucht ihr dann auch noch dafür. Ihr steht, ihr seht es auch hier oben, Schnellfermentierungsmittel dient zur Beschleunigung des Gärprozesses bei der Silageherstellung und wird benötigt für den FixFirm Schnellfermenter. So, den braucht ihr hierfür, für den hier, ja. So, gucken wir einmal nochmal ganz kurz rein, FixFirm. So, bekommt ihr das, die Ganzpflanzensilage bekommt ihr dann raus. Ich habe vorhin gesagt, Ganzpflanzensilage rein. Ihr braucht Ganzpflanze rein, um dann die Silage rauszubekommen mit dem FixFirm Active. So, das war der Shop. Wir gucken jetzt einmal noch kurz in die PDA, die Karte, gucken uns die von oben an und schauen uns einfach mal nochmal kurz um. Hier haben wir als nächstes Highlight die Orangenplantage, links von der Map, die ihr auch noch käuflich erwerben müsst. Wir haben hier das Sägewerk. Dann haben wir hier die große BGA. Hier ist die Molkerei und das hier ist der Lohnabfüller, beziehungsweise hier Lohnabfüller, Saftfabrik und Kühlhaus. Da haben wir das sogenannte Kühlhaus. Wir können hier allerdings gerade nicht hinspringen, beziehungsweise besuchen. Wir machen das so. Ihr seht schon, Verwaltung, Produktion. Ja, hier, guck mal da, Talbacher Saftfabrik. Ja, hier kommt der beste Saft her aus der Region. Also auch wieder ein riesengroßes Gelände. Ihr habt hier alles, was ihr braucht. Ihr habt hier auch genügend Platz für die, wo ganz gerne auch mit großen, riesengroßen Maschinen arbeiten. Hier haben wir dieses Kühlhaus, wie gesagt, das Lager. Ich glaube, das Kühlhaus ist es gar nicht. Wir schauen mal ganz kurz rein. Was haben wir hier? Die Saftabfüllung. Das Kühlhaus selber ist hier. Ihr müsst hier rein und dann habt ihr hier eure Punkte, wo ihr dann abladen könnt. Kriegen wir gar nicht auf. Oder hier doch. Ja, okay. Sogar alles animiert. Ihr könnt ins Kühlhaus reinlaufen. Also nochmal, wie gesagt, es ist schon, es ist einfach sehr, 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 sehr gut gemacht. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Hier haben wir das Kühlhaus. Nicht vergessen, die Türe wieder zu schließen. Sonst wird euch die Scheiße warm und dann war es es. Dann könnt ihr es wegschmeißen. So. Dann haben wir noch das Agrarsilo hier. Wir haben auf, achso, am Hof haben wir ein Hochsilo, ein Getreidesilo. Und nochmal, wie gesagt, ein Getreidesilo. Ihr könnt hier jetzt keine Kartoffeln oder sonst irgendwas rein kippen. Also es ist kein Multisilo, wo ihr alles reinbringen könnt. Hier rechts haben wir den Maschinen- und Zubehörhändler. Hier haben wir das Mountain Inn, auch eine Verkaufsstation. Und dann haben wir hier noch das Restaurant. Wir haben einen Floristikladen. Wir haben Dorfladen. Wir haben hier die Pferdekoppel. Wir haben hier den Pferdestall. Ja, alles so ein bisschen für sich. Hat jedes Ding so ein bisschen sein Plätzchen gefunden. Hier unten haben wir den Viehhändler dann noch. Hier haben wir noch einen Schafstall. Den haben wir aber auch hier neben dem Hof auch nochmal. Die Schafweide. Die gehört uns zu Beginn noch nicht. Die müssten wir dann auch noch kaufen. Wenn wir dann direkt auch gleich mit den Schafen noch starten wollen. Und dann haben wir die Futtermischanlage hier unten. Und das Ding hier. Das hier. Das hier. Das. Da gehen wir jetzt einmal hin. Beziehungsweise wir können es uns noch gar nicht kaufen. Ich habe hier gar kein Geld. Das ist ein bisschen doof. Wir gehen aber zur Futtermischanlage. Für die Schweine und Kühe. Einmal hier die Schweine. Einmal hier die Kühe. So. Und dann kommen wir. Laufen wir hier raus. Ich laufe jetzt einfach mal querfeldein durch den Wald. Es gibt auch den Weg. Einen Weg wo ihr mit euren Fahrzeugen hinfahren könnt. Die Fischfarm. Also Fischzucht. Talbacher Fischzucht. Hier. Und das ist auch schon sehr sehr geil. Sehr sehr geil. Sehr sehr geil. Die Beta 1 wie gesagt haben wir schon auf dem Server gehabt. Gespielt. Es funktioniert. Einmal frei. Wir hatten bis dahin keine Legs oder Probleme damit. Und keine Bugs. Es funktioniert wirklich einmal frei. Und es macht riesen Spaß. Es ist total geil. Macht einfach nur Laune. So. Das war eigentlich im Großen und Ganzen ja jetzt schon alles. Vorstellungstechnisch. Was ich bis jetzt zu diesem Zeitpunkt weiß. Und was ich selber auch schon gespielt habe auf dieser Karte. Habe ich ein bisschen einen Eindruck geben können. Hoffe ich natürlich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen. Wenn es euch gefallen hat. Und den Kanal zu abonnieren. Und den Kanal zu abonnieren. Die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr weitere Videos hier erhalten wollt. Sehen wollt. Und so weiter und so fort. Ihr seht hier schon die kleinen Ballen. Hier lassen wir uns einfach mal einen. Also hier könnt ihr euch Ballen rauslassen. Und dann hier für die Kühe. Beziehungsweise für die Kälber benutzen. So. Wie schon gesagt. Das war eigentlich schon im Großen und Ganzen alles. Am Hof selber gibt es einige schöne Details. Auch wie ihr schon gesehen habt. Dann die Katzen im Farmhaus. Könnt ihr die kaufen. Zu Beginn schon einige Maschinen da. Also nochmal wie gesagt. Es ist sehr umfangreich. Wenn. Ja. Wenn ihr Lust habt. Dazu. Vielleicht nochmal mehr zu sehen. Dass ich mich einfach nochmal. Nochmal ein Stück weit mehr rein arbeite. Und in die Karte. Was ich auch werde. Dadurch. Dass sie bei uns auf dem Server liegt. Und ich auch. Das ein oder andere Mal. Auf TikTok dürft ihr mir gerne folgen. Auch dort live bin. Und auch auf Twitch. Nicht vergessen. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Gerne auch dort vorbei. Follow da zu lassen. Und gerne vorbeikommen im Livestream. Und nicht vergessen. Nochmal die Glocke zu aktivieren. Gerne was in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Schreibt mir einfach was Nettes rein. Oder was ihr vielleicht noch wissen wollt. Oder was ich jetzt vielleicht übersehen habe. Oder nicht gezeigt habe. Vielleicht wäre noch ganz interessant. Für die. Die das Schlauchsystem nicht benutzen. Oder noch nie benutzt haben. Hier ist ein Brunnen. Ja. Wenn ihr hier ran fahrt. Mit diesem Wassertankwagen. Wir gucken einmal ganz kurz rein. Ob wir den vielleicht sogar schon. Haben. Anhänger. Ne. Ich glaube. Ihr müsst den sogar am Anfang jetzt noch kaufen. Weil wir haben hier noch nichts. Auch unter Fütterungstechnik oder so. Aber ist kein Problem. Ich zeige euch das jetzt noch schnell. Wenn ich es selber finde. Auf jeden Fall habt ihr unter Diverses. Bei Geräten unter Diverses habt ihr die Schläuche. Da habt ihr einmal einen Düngerschlauch. Also. Ihr seht auch schon die Symbole. Was ihr damit alles befüllen könnt. Also was ihr. Für was ihr das benutzen könnt. Hier haben wir Gülle und Wasser. Könnt ihr euch hier den Schlauch rauslassen. Natürlich. Ich mache es natürlich immer so. Dass ich die Farbe wähle. Für Wasser. Blau. So. Ganz klar. Sonst. Also ich will jetzt ja kein Wasser abfüllen. Wo vorher Gülle durchgelaufen ist. Wie ihr das macht. Dürft ihr gerne selber entscheiden. Auf jeden Fall habt ihr dann euren Schlauch. Den hängt ihr da an. Und dann braucht ihr natürlich noch einen. Dazugehörigen Wagen. Nehmen wir an. Wir nehmen den. Oder den. Ich weiß es jetzt nicht genau. Wie es mit dem Anschluss. Also das habe ich auch noch nicht. Zu 100%. Alle ausprobiert. Ob auch wirklich alle gehen. Der hier müsste bestimmt gehen. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall mit dem Anhänger hier dran fahren. Schlauch anhängen. Pumpe starten. Wasser rausziehen. Und dann müsst ihr hier. Wenn ihr die Kühe füttern wollt. Hier hin. Hier. Ja. Okay. So. Hier mit dem Wasserwagen dran. Wieder den Schlauch anschließen. Und diesen Wasserwagen hier draußen füllen. Damit ihr eure Kühe mit Wasser versorgen könnt. So. Das wäre noch. Der kleine Tipp von mir. Also ganz am Rande. Das war eigentlich aber auch schon alles. Was mir jetzt so einfällt. Ich meine. Wir sind jetzt auch schon bei guten 20 Minuten. Mit diesem Video. Ich freue mich auf jeden Fall. Darauf. Die Karte zu spielen. Äh. Vielleicht auch ein Let's Play draus zu machen. Ich weiß es nicht. Würde mich freuen. Wenn ihr. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Feedback von euch. Wie ihr das seht. Ob ihr sowas gerne mal sehen wollt. Die Talbach in einem Let's Play vielleicht. Dann. Schauen wir mal. Habe ich vielleicht die ein oder andere Idee. Vielleicht sogar schon. Oder einfach nochmal so ein bisschen. So ein Tutorial. Jetzt nur die Tiere vielleicht. Wo ich dann auch wirklich mal so in den Fütterungsprozess reingehe. Und das mal wirklich komplett zeige. Oder auch. Die Produktion. Wie die Produktion so laufen. Was man da alles braucht. Und so weiter und so fort. Äh. Auch wirklich mal die Produktion zu füllen. Wo man dann so Step by Step. Tutorials macht. An dieser Stelle war es das von mir jetzt aber. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und hoffe. Ähm. Ja. Es gibt. Regenansturm. Und Feedback von euch an eurer Stelle. Ähm. Ja. Alles andere. Wie gesagt. Folgt mir gerne noch auf anderen Kanälen. Instagram. TikTok. Äh. Und Twitch. Äh. Würde mich sehr sehr freuen darüber. Und. An dieser Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen. Als. Vielen Dank. Nicht vergessen. Zu abonnieren. Glocke zu aktivieren. Und dann hoffe ich. Ja. Hoffe ich. Sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Äh. Würde mich sehr sehr freuen. Ich bin raus. Bis dahin. Macht's gut.